Verstehst du das, was hier gebaut ist? Ja, aber wie das hier mit dem Redstone meine ich, dass das so funktioniert. Das ergibt für mich noch keinen Sinn. Aber das ist auch nicht mein Gebiet. Ich glaube, ich weiß, was du gemeint hast, Tobi. Den hab ich gebaut. Ich stecke in den Post, in den Pistenfest. So einen ähnlichen Geheimgang kenn ich aber auch. Da war ich ja dann im letzten Video schon drin. Der, ich, der auch noch eine Toilette. Ist hier auch einer drin? Ne, der Ermittler ist gar nichts. Ganz drüben, da gibt's auch nochmal ein Klick-Mich-Schild. Aber da war ich schon. Ich muss rein und dann ist ein Pisten. Und dann hier entlang. Dann hier klick mich. Aber für mich ist es vier Tage noch gesperrt. Boah, noch komplizierter hätte man den Ausgang nicht machen können. Du bist das letzte Mal doch schon hier raus. Ahne, du wurdest ja raus teleportiert. Oh, genau. Und da ist nochmal ein Klick-Mich-Schild. Das hätte ich letztes Mal übersehen. Oh. Wartag. 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 Wie geht man hier? Zauberträger. Ich bin nur noch für die getroffenen Welt. Ich bin auch weil, wie kannst ja am meisten gehasst haben. Habt ihr das Video von Stegi gesehen, das dazu geführt hat, dass Gronkh zu uns gekommen ist? Also das hab ich, äh, gehört gehabt, dass Gronkh da eben da war. Er hat nämlich, ähm, viel hier aus Gronkhurz auch aufgenommen. Hallo? Wo bist du denn? In der Nähe von euch. Ich seh dich durchs Fenster. Ich bin wie so eine Puppe, die man draußen irgendwie anschaut. Stehst du in der Ecke? Was ist da? Und sie hat jetzt 10 Klick mich Schilder, oder? Was ist denn hier? Ich bin direkt da, rechts, hinter dir. Was machst du denn draußen? Ähm, ja, ich mag's gern an der frischen Luft. Hier steht was mit Rätsel's Lösung. Das hier war der Raum, wo, ähm, Gronkh war. Hier war Gronkh. Ich geh da, wo Gronkh auch gegangen ist. Was ist denn das denn für Fenster, ey? Also da haben sie sich echt den unspektakulärsten Raum ausgesucht. Ja. Entschuldigung, ja. So. In ein paar Minuten werde ich leider offline gehen müssen. Ja, ich auch. So, wir fahren nochmal zu dir nach Hause. Mir egal. Kann man machen, ja. wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich bin heim. Warte, vielleicht hab ich noch irgendwas für dich. Ich find deinen Eingangsbereich total lustig. Ja, der... Ah, hier hab ich was für dich. Ach Quatsch, ich brauch's mir was geben. Na, mir ist es egal, wer's nimmt. Ein super tolles Diamantschwert, das ich gefunden hab, als ich, äh, beim Abbauwelt, in Abbauwelt Sand geformt hab. Da hab ich eine Schlucht gefunden und da unten lag, keine Ahnung, ein paar Sachen. Und ich schätze mal, der ist da runtergefallen und gestorben. Und das hat er dabei. Und ich war natürlich so frei und hab's mir genommen. Ja, das war ja klar. Ah, das ist dein Enchantment. Der sieht bei mir ganz anders aus, als bei dir. Ja, das ist auch der erste, den ich hier gebaut hab, 0815. Ne, ich meine, ähm, vom Textur-Pack sieht das total anders aus. Ach so. Was für einen hast du? Ähm, ich hab eins von Takahashi. Gesundheit. Das ist, äh, einer, der hier auf dem Server auch spielt. Ah. Und der hat einen Textur-Pack gemacht und, ja, das, damit spiel ich. Ein Bett. Mhm. Ist aber sehr einsam hier, dein Bett. Ja, ich hatte mal noch ein zweites, aber noch ein zwei, wenn man eh, ich schlaf eh nicht in dem. Mein anderes hab ich eigentlich bei meinem anderen Haus gesetzt gehabt. Weil ich kann ja insgesamt nur drei Spawn- oder Home-Punkte setzen. Ich wollte mal gucken, ob ich bei dir in der Nähe wohne irgendwo. Ja, geradeaus, wenn wir hier quasi gehen, dann würden wir bei dem Tobi rauskommen. So, hier? Haus. Ja, hallo. Wir müssen hier hoch und dann gleich rechts. Gleich unter dem Haus ist die Straße und dann einfach nur geradeaus. Achtung, das Windpult dazwischen. Verdammt, ich bin da hinten. Wolltest du mir noch Achtung sagen? Ja. Habt ihr die Abkürzung genommen, oder was? Hä? Abkürzung? Nö, nö. Wir sind eh eigentlich rundherum gegangen. Wo bist du? Ich bin ein bisschen hinter euch. Ich hab die Straße genommen. Außenrum? Mhm. Ach, quer fällt ein. Honey und Nanny. Boah, hier ist aber jemand ein großes Haus gebaut. Und ist auch schon ganz schön weit. Natürlich fängt man auch mit der Hecke an. Schluffi. Und das sagt ihr wahrscheinlich nichts, ne? Mhm. Schluffi nur. Alle Timodia-Leute, die jetzt mit dir zugucken müssen, genau wie ich es mit Schluffi meine. Ist der irgendwie bekannt? Hier hat übrigens vorher Takahashis Haus gestanden. Wo wir gerade von zufällig sprechen. Und das habt ihr abgerissen. Ja, weil er seit Monaten nicht mehr online war teilweise. Und dann, ja. Schluffi ist ein, ähm, ich glaub, so zwölf, dreizehn, vierzehn, sowas in der Richtung. Mhm. Und seine Mutter spielt auch heute auf dem Server. Okay. Und, ähm, ja. Schluffi ist manchmal ein bisschen kautisch. Sag ich jetzt mal so. Kann ich mir leicht vorstellen, ja. Hast du, bist du mit ihm Achterbahn gefahren? Tobi? Der kennt doch die Achterbahn. Kennst du die Achterbahn? Vom FF Park? Ja. Ich hab gedacht, du guckst deine Let's Play Together. Hab ich auch gedacht. Ups. Anscheinend war ein Zwischenkult. Epic Fail. Dann wirst du ab sofort jedes nochmal nachholen. Ja. Aber nur, wenn du mir versprichst, dass du dafür weiterhin die Mulia-Dings machst. Ich find die nämlich gut. Ist so gut wie versprochen. Ja, mir macht's momentan auch am meisten Spaß. Komm, wir gehen mal ins Lager. Immer wieder alles kaputt machen hier. Das ist das Schlimme an diesen Efficiency. Bitte? Das ist das Schlimme an diesen Efficiency. Sie hacken immer. Mach's immer viel zu viel kaputt. Der rencht einmal so durch. Ja. 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 Tatsächlich. Ja. 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 Es sind einfach so viele Kuchen da. Das blöde ist ja, du kannst die ja nicht abbauen. Du musst sie essen, oder? Ja. Du musst sie essen. Guck mal. Aber ich glaube auch wenn du mit einer Sick-Touch. Ja. Und weg. Deswegen. Das ist ein bisschen blöd. Findest du nicht, dass der ein bisschen übertreibt? Ach Wenn er Spaß dran hat Hat er drinnen den auch noch Und den Brunnen hab ich heute gebaut für ihn Ich find's blöd, dass man doch nicht rein kann Komplett zu Du willst immer überall rein, ne? Du bist sogar schon in Häuser reingepackt Ich hab schon Ja, die haben mich quasi eingeladen Ja Ich interessiere mich sehr dafür, wie andere Leute leben Du hast bis jetzt auch nur meinen Keller gesehen Du weißt gar nicht, wie ich lebe Doch, im Keller lebst du Ich hab auch noch ne Insel Ich hab noch Oh, ich hab so viele Häuser Das ist der Vorteil am Edmundsen Du hast doch meine ganzen Warps gesehen, oder nicht? Ja, das war ein paar, ja Das war ein paar Wie viele Warps kann man machen, wenn man Edmund ist? So viele, wie man will, oder? Wieso? Die hab ich mir doch alle gekauft Ja, klar Die hab ich mir alle gekauft? Echt? Kann ich mir das auch kaufen? Natürlich, für 5500 kriegst du einen Warp Ja, genau So viel Geld hab ich nicht Können wir da irgendwie Verhandlungsbasis machen? Du hast doch die Diamanten verkaufen lassen Ja, aber die bieten mittlerweile nicht mehr so viel Das ist ein bisschen blöd Das ist Marley Q Das Museum hab ich in Gemeinschaftsaktion mit mehreren Leuten gebaut Das ist meine Insel Das ist in der Westernstadt Das ist in Mainetik Das ist in Mittelalter Das sind die Stegi-Wiesen Das ist Messerhausen Das kleine Dörfchen, das ich gebaut habe Der Maschenklapp, da war's ja schon drin Strand Aber das gehört schon gar nicht mehr mir Das könnte ich jetzt eigentlich abmachen Das hab ich jemandem geschenkt Das hatten wir gemeinsam gekauft Bist du da jetzt auch hingegangen? Nee Achso Und Neta ist mein Neta-Haus Das Haus direkt am Sporn Damit ich hier auch keinen umbringen kann Genau Nee, da ist schon hier vorhin Das ist mein Pharmaken-Grundstück Das hab ich bekommen, weil ich Mott war Und ich war für Rivertown zuständig Falle Achso, das ist von Hamdugenda, die Falle Und das ist der Gerät Der Gerät? Achso, der Gerät Der Gerät, ja Der Gerät schläft nie Der Gerät Ja Willst du mal mein Schlafzimmer sehen? Hä? Entschuldigung Wo bist du? In deinem Schlafzimmer war ich gerade Hä? Nein, das ist nicht mein Schlafzimmer Da steht Englischisch Schlaf gemacht Englischisch, aber das bin ich nicht Na egal Ich geh jetzt ins Bett In Schlaf gemacht Wenn du möchtest, ja Genau, wenn du möchtest, kannst du ja noch gucken Hier kannst du gut So, gute Nacht Bis morgen oder guten Tag Ja, würde ich auch sagen Tschüss, Tobi Ciao Der ist glaube ich wieder Seiner Frau Ja Tschüss Ciao So, und ich würde sagen Wir beenden die Aufnahmesession jetzt auch War eine, ja Ich würde mal sagen Angenehme Länge Mehr oder weniger Ich lasse mal hier noch Vielleicht können wir hier noch irgendwie Und unten mal noch ein bisschen umschauen Zumindest einmal haben wir die Möglichkeit Und ja Ich würde sagen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Ich hoffe es hat euch gefallen Und Ja Bis dahin Eure Hohenkrebscreme Meldet sich ab Mit diesem Kuchen Im Blick Verabschiede ich mich Tschaußen